Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth war von 1655 bis zu seinem Tode Markgraf des fränkischen Fürstentums Bayreuth. Leben, Herkunft und Familie Christian Ernst stammte aus dem Hause Hohensollern. Er war ein Sohn des Erdmann August und Enkel des Bayreuther Markgrafen Christian. Weil Erdmann August seinen Vater nicht überlebte, folgte Christian Ernst als Erbe nach. Militärische Karriere im Reich der Markgraf war ein treuer Anhänger des Kaisers Leopold I., den er bei Kriegszügen unterstützte, so gegen Holland, Lothringen und bei der Befreiung Wiens von den Türken. Er verfolgte konsequent eine militärische Karriere, deren Ausgangspunkt am 12. Februar 1664 die Wahl zum Kreis Sobristen des fränkischen Reichskreises war. Christian Ernst war auch Chef des fränkischen Kreiskürasia-Regiments. Im Anschluss daran ab 1668 begann die Aufrüstung und Erschließung seiner eigenen Herrschaft als militärische Hilfsquelle, die das Markgraf Tum Brandenburg-Bayreuth schon bald an die Grenzen der Belastbarkeit führte. Bereits 1672 kam es zur ersten Finanzkrise, die nicht die letzte blieb. Durch seine militärischen Ambitionen war Christian Ernst der einzige Markgraf von Bayreuth, der reichspolitisch wirklich Bedeutung erlangt hat. Nach der Unterstützung des Kaisers in den Kriegen gegen Holland wurde er von diesem am 27. März 1676 zum Generalfeldmarschall-Leutnant ernannt. Für Christian Ernst ein Ansporn, sich in den kommenden militärischen Auseinandersetzungen weiter zu engagieren. Bei der Befreiung Wiens von den Türken 1683 war er Teilnehmer der Entsatzarmee. Er brachte zahlreiche Trophäen mit, die noch bis ins 19. Jahrhundert in der Stadtkirche zu Bayreuth ausgestellt waren. Zur Verkündung seines Ruhmes ließ er sich auf einem Reiterbrunnen in einer absolutistischen Verherrlichung als Bützinger der Türken darstellen. 1691 wurde er zum kaiserlichen Generalfeldmarschall ernannt und 1692 übernahm er den Oberbefehl über die Verbände der Reichsarmee am oberen Lauf des Rheins. Jedoch zeigte sich bereits hier, dass seine Begabung der Aufgabe nicht gewachsen war, sodass er das Kommando an Ludwig Wilhelm von Baden abgab. Während des spanischen Erbfolgekrieges errang er noch einige Siege, bis es am 22. Mai 1707 zu seiner verhängnisvollen Entscheidung kam. Christian Ernst verlor die Übersicht über das Geschehen vor Ort und schloss sich dem Urteil eines untergeordneten Generals an, der vor den Verbänden Ludwigs XIV, Zurückwig und die Stollhofener Linie preisgab. Dadurch wurde die Front weit geöffnet und französischen Truppen wurde der Einmarsch nach Schwaben und Plünderzüge bis weit nach Bayern hinein ermöglicht. Dieser schwerwiegende Fehler beendete seine militärische Karriere, Förderer von Kunst und Bildung. Neben seiner militärischen Karriere war er auch Befürworter und Förderer der Kunst. Als Nachfolger der Bayreuther Lateinschule stiftete er 1664 ein Gymnasium, das noch seinen Namen trägt, das Gymnasium Christian Ernestinum. In Erlangen gründete er eine Ritterakademie, die Grundlage für die Landesuniversität erlang. Christian Ernst zentralisierte die Landesbehörden in der neuen Residenz Bayreuth. Wo sich vorher die Pferdeställe befanden, erbaute er 1672 die Schlosskirche. 1695 ließ er vom Bamberger Architekten Leonhard Dienzenhofer den achteckigen Schlossturm erbauen. 1686 ließ er in Erlangen eine Neustadt für die von Ludwig XIV. vertriebenen Hugenotten anlegen, zu denen bald auch Flüchtlinge aus der im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstörten Pfalz kamen. Der Markgraf war ein Liebhaber von Pferden und Hunden. Von letzteren besaß er 85. Er begann das ehemalige Kloster Himmelkron in ein Jagdschloss umzubauen. Dazu zählte auch die Anlage der Ballier-Mey-Linden-Allee und der Umbau der Marienkirche im einsetzenden Markgrafenstil. Der bekannte Barockdichter Sigmund von Birken hat Christian Ernst mit dem 1668 erschienenen hochfürstlich-brandenburgischen Ulysses ein. Literarisches Denkmal gesetzt, Ehe und Nachkommen. Punkt. Seine erste Ehe schloss er am 29. Oktober 1662 in Dresden mit seiner Cousine Erdmute Sophie von Sachsen. Tochter des sächsischen Kurfürsten Johann Georg II. Erdmute Sophie starb kinderlos 1670. Acht Monate nach ihrem Tod heiratete er ein zweites Mal am 8. Februar 1671 zu Stuttgart Sophie Luise von Württemberg, Tochter des württembergischen Herzogs Eberhard III. Sie starb 1702 und gebar ihm sechs Kinder. Christiane, Behadine, Lemniskate August II., von Polen und Sachsen, Eleonore, Mark Allen, Lemniskate, Hermann Friedrich von Hohensollern, Hechingen, Claudia Eleonore Sophie, Charlotte Milly, Georg Wilhelm, Mark Graf von Brandenburg, Bayreuth, Karl Ludwig. Fünf Monate nach ihrem Tod heiratete er ein drittes Mal am 30. März 1703 in Potsdam Elisabeth Sophie, Tochter des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Diese Ehe war ebenfalls kinderlos. Der Lebensstil der beiden letzten Ehefrauen und der des Markgrafen verschärften die finanzielle Situation des Markgraftums erheblich. Grabstätte Die Grabstätte befindet sich in der Fürstengruft der Stadtkirche von Bayreuth. Ehrung an dem am 8. September 1889 eingeweihten Pauli Brunnen auf dem Markplatz in Erlangen befindet sich unter anderem ein Relief mit einem Porträt des Markgrafen Christian Ernst. Darunter trägt eine Plakette die Aufschrift Markgraf Christian Ernst, Gründer der Neustadt Erlangen, 1661 bis 1712. Seit 1952 tragen das humanistische Gymnasium Christian Ernestinum in Bayreuth. Nachfolgeinstitut des von Christian Ernst 1664 gegründeten Gymnasium Illustre und seit 1965 Dekasekunden musische Christian Ernst Gymnasium in Erlangen den Namen des Markgrafen. » Vielen Dank.